Salut Pilot! Willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja meine Freunde, es gibt mal wieder ein kleines Wettbewerbs-Gameplay. Allerdings nicht auf meinem Main-Account, sondern auf meinem zweiten Account, Prinz Herpes. Das bedeutet, heute gibt es Early-Game-Action. Gespielt wird, ich glaube, Ladeetage oder Kontrollbereich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ihr werdet es ja dann im Videotitel sehen. Unser Bild steht, ich habe auf diesem Account nicht besonders viel Auswahl. Ich denke allerdings, dass wir damit gut hinkommen werden. Vermutlich werden wir hauptsächlich mit Panther, mit Aris und mit dem guten C4 spielen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und wir legen los. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben Mr. Hyde. Mr. Hyde ist ein echter Spieler. Sehr cool. Wir gehen rein mit unserem Panther und gucken mal, was wir hier so reißen können. Early-Game-Game. Mein Gott, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Gut, wir schmeißen direkt unser Netz. Gucken mal. Also die Arc-Torrents, die sind ja im Early-Game sehr, sehr gut auf jeden Fall. Selbst die 6er, ihr seht, wie schnell man hier alles wegbrutzeln kann. Also das ist natürlich dann kein Vergleich zum Endgame. Das sind oder da fallen die Arc-Torrents wirklich wesentlich schwächer aus. Fürs Early-Game allerdings noch wirklich, wirklich empfehlenswert. Deshalb habe ich sie auch direkt auf Panther ausgerüstet. Das ist eine Kombi, die würde ich hier im Endgame niemals zocken. Aber fürs Early-Game reizt. Mr. Hyde ist auf jeden Fall weg. Wir sind 3-0 in Führung. Oh Gott, ist das so. Shadows, ha. Da werden Erinnerungen wachsen. Schinds Kinder. Für mich persönlich ist das wirklich, ähm, ja, was? Morta? Auf der Map? Ernsthaft? Okay. Okay. Kann man mal machen. Ähm. Jedenfalls ist das für mich wirklich eine Reise in die Vergangenheit, kann man so sagen. Also das ist, ähm, keine Ahnung. Ich spiele das Spiel jetzt ein bisschen mehr als zwei Jahre. Mir kommt es aber schon vor, als würde ich schon seit 10 Jahren spielen oder so. Also fast schon unwirklich, äh, gegen was und mit welchen Kombis man hier momentan spielt. Das ist ähnlich wie früher tatsächlich, ne? Sehr, sehr cool. Äh, nur dass sich natürlich, äh, die Bots teilweise ein bisschen unterscheiden. Ja. Jedenfalls sind wir jetzt, äh, 8 zu 2 in Führung gegangen. Aktuell mit seinem Morta wird er da hinten nicht viel reißen. Oh, jetzt haben sie unseren, äh, Panther weggehauen. Jetzt schauen wir mal. Ich denke, als nächstes werden wir mit Aris gehen. Ähm, dem haben wir die Emberguns drauf gehauen. Das ist jetzt nicht ganz Free-to-Play. Ihr wisst ja, mein, äh, Prinz Herpes-Account, äh, der ist darauf ausgelegt, so ein Low-Pay-Account zu sein, wo man ein bisschen was paid, aber halt nicht viel. Ähm, genau. Also die Embergun 6 sind natürlich sehr, sehr gut im Early-Game. Insbesondere halt dann, wenn man auch einen Piloten dafür hat und entsprechende Implantate. Da reichen auch schon dann die, äh, seltenen oder im besten Falle auch die, äh, die Epischen dann. Ich hab jetzt hier tatsächlich gar keinen Piloten drauf. Und dann sind wir auch schon gestorben. Das war jetzt nicht so zielführend, was wir hier veranstaltet haben. Hatten wir überhaupt irgendeinen Weg wird? Ich glaub einen, ne? So, dann gehen wir mal los mit unserem... Oh, okay, ist schon vorbei. Okay, erste Runde wurde für uns entschieden. Wir gehen wieder direkt rein mit Panther. Ah, den hab ich mir ein bisschen schick angemalt. Oder war das die Standard-Lackierung? Und ich glaub... Nee, ich glaub nicht, dass das die Standard-Lackierung war. Ich glaub, ich hab die alle mal angemalt im Hangar. So, ihr seht, wie schön es hier mit den Arctorens geht. Äh, da hab ich auch einen Piloten drauf. Ich weiß jetzt gerade allerdings gar nicht, ob ich da Implantate drauf hab. Ah, müsste ich tatsächlich mal gucken. Denn ich hab meinen Hangar halt so, wie ich ihn irgendwann mal vor ein paar Monaten aufgebaut hab, stehen gelassen. Und war ja auch sehr, sehr lange nicht mehr auf dem Zerpyser gekommen. Das heißt, ich hab auch vorher mit dem Gameplay jetzt gerade gar nicht geguckt, was auf dem Piloten drauf ist oder so. Also, ich hab vielleicht auch die anderen Mechs mit Piloten ausrüsten können. Selbst wenn keine Implantate drauf sind, dann hätten wir irgendwann nochmal ein bisschen mehr Damage und Health gehabt. Aber naja, jetzt ist es halt so, wie es ist. Den Shadow haben wir auch direkt weggeputzelt. Und dann noch 9,9k leben. Und da ist er noch im gelben Bereich. Also, süß. Ich kann nicht mehr. Ah, okay. 7 zu 4 steht es für uns. Blaze is my dog ist da hinten. Okay. Der Gegner spielt jetzt auch Panther. Oh, oh. Ei, ei, ei. Ei, jetzt hat er mich aber weggebrezelt hier mit dem Cryo Launcher 8. Das ist natürlich eine Sache, die gab es früher nicht. Die Waffe ist ja relativ neu. So, dann gehen wir mal ran mit unserer Ember Gun. Es steht 8 zu 6, sondern ca. eine halbe Minute. 8 zu 7 wird auf jeden Fall knapp. Mal gucken, ob wir hier noch einen etwas größeren Vorsprung raushauen können. Ich finde, man kann sich im Early-Game tatsächlich wesentlich freier bewegen. Das finde ich cool. Also, so wie ich jetzt hier rumlaufe, das kannst du im Endgame eigentlich nur mit Eclipse bringen. Oder vielleicht mit einem Surge. Und dass du dich da so nach vorne kirchst. Aber mit einem Tank oder mit irgendeinem regulären Endgame so nach hinten zu laufen, wie sich gerade macht, das funktioniert nicht. Du stirbst sofort. Ohne Gnade. Na, das ist hier noch ein bisschen dankbarer. Auch hier sterbe ich jetzt natürlich, oder? Nee. So, nein. Oh, aber die Runde ist schon vorbei. Okay, wir haben gewonnen. Sehr schön. Ich bin First und Second MVP. Zweite Runde. Schauen wir mal. Wir haben... Äh... Gar keinen. Okay, kein Spieler. Ist jetzt hier eine reine Bot-Lobby. Ähm, egal. Wir gehen trotzdem einfach mal in die Runde rein. Hat schon lange kein Bot-Game mehr. Äh, während den Aufnahmen tatsächlich. Ähm, gut. Ich gehe mit C4 los. Schauen wir mal, was der... ...ein gute Boy mit seinen Shotguns hier so leisten kann. Aber hier gespannt wie ein Regenschirm. So, bis dann ist er der gute... Was haben wir denn hier eigentlich? Ein Guardian kann das sein. Tatsächlich ist ein Guardian. Aber letzte Runde hatten wir keine Guardians, ne? Kann es sein, dass sich die Bots hier recht schnell ändern? Was das stimmt? Okay. Okay, ähm... Hm, 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 hm. Ein Guardian haben wir auf jeden Fall weg. Oh, da unten. Sehr schön. Und, und? Kriegen wir den? Kriegen wir den? Nein, er hat ein Schild aufgebaut. Oh, nicht. Muss nachladen. Aber komm. Den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Den? Nein, 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 nein. Ah. Wir haben ihn bekommen. Sehr schön. Ah, dafür ist der C4 doch ganz gut geeignet. Auch hier im Early Game ist der C4 natürlich noch sehr, sehr gut spielbar. Im Endgame ist es dann halt so, ja, da kann man ihn auch noch zocken, aber halt nur noch so im Tutu oder halt auf ganz bestimmten 5v5-Maps und Art, aber auch nur im Team. Also ist nicht mehr das, was es mal war. Der C4 war wirklich ein sauguter Mech auch im Endgame, aber das ist jetzt schon lange nicht mehr. Aber schön, dass er für das Early Game auf jeden Fall noch funktioniert. Ah, da guck mal an hier. Da bin ich gestorben. Ich wurde gecancelt wie ein Mann sozusagen. Ja, von einem Aris mit Jobgun. Jetzt gehen wir mal rein mit unserem Panther. So, es steht 7-7 in der Port-Lobby. Halleluja, du. Das ist ja gar nicht mal so gut. Gut, schauen wir mal. 8-7 noch 30 Sekunden. Schau mal, oh, und MD, sehr schön. Sehr schön, der kann mich noch entsprechend hochheilen. So, dann hauen wir den hier weg. Ne, oder auch nicht. Macht dann unser Farfaller 85. Warum auch immer der Bot nach einer Nudel benannt wurde. So, komm, 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 yes. So muss das laufen. Ja, es ist echt geil, wie unbedacht man hier eigentlich rumlatschen kann im Early Game, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Ab und zu wird man mal weggeschossen, aber bis das passiert, äh, oh, jetzt habe ich gerade ihn genommen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Egal. Ähm. Bis das mal passiert, ist echt Weihnachten. Ja, das Problem ist halt, dass die, oh, jetzt habe ich auch noch ein Ding geschossen, dass die EM Rival tatsächlich auf dem Low Level, auf dem ich sie habe, die ist dann auch gar nicht so effektiv, obwohl man eigentlich meinen könnte, dass die halt im Early Game auch nicht reinklatschen muss, aber, ähm, nein, tatsächlich, ihr seht, ich bekomme nicht mal einen Shadow One-Shot weg. Nicht mal diesen Low-Box-Shadow. Ähm, brauche ich echt zwei Schüsse für. Also, deswegen spiele ich den auf, relativ selten eigentlich. Ähm, vielleicht, wenn ich ihn einen Rang höher habe, dass ich dann zwei kleine draufpacke oder so, aber keine Ahnung, ich habe ja nur die 16er aktuell. Ich hätte mir jetzt auch die 12er kaufen können noch für 7 Euro, aber das habe ich nicht gemacht. Da war, äh, da dachte ich mir so, nee, nee, jetzt, jetzt noch nicht, ne, es steht übrigens 3-2, das heißt, 3-4-2, okay, jetzt führen wir doch okayisch, sag ich mal, trotzdem nur zwei Kills-Unterschied, das Ganze geht noch, naja, aber das werden wir aber schon gewinnen, wenn wir manchmal da keine Sorgen. Also, es ist schon ein bisschen eine Umstellung auf jeden Fall, aufs Early Game wieder zu gehen. Äh, ist aber, denke ich, auch mal ganz interessant. Es wurde ja auch immer mal wieder nachgefragt, ob ich mal ein Gameplay auf Prinz Herpes machen kann und ich hatte Lust im Urlaub. Also, habe ich das mal eben gemacht. Ähm, ursprünglich hatte ich auch ein, ein Video zu Piloten aufgenommen, auf Prinz Herpes, allerdings, habe ich mir gedacht, nee, äh, ich mache das wieder nochmal, gescriptet, weil das erste Video war ungescriptet und es war mitten in der Nacht, die deswegen jetzt von vielen Gänern durchgezogen worden ist. Äh, da habe ich mir gedacht, okay, ich mache das mit Skript und werde dann auch noch mal eine englische Version davon rausbringen, dann ein paar Wochen nach dem Release, also nicht so knapp wie bei dem Stalker-Video. Äh, einfach weil, keine Ahnung, die Aufrufzahlen hat es jetzt nicht beeinträchtigt. Beide Videos, das deutsche Stalker-Video, das englische, haben beide, es gab 355 Aufrufe, jeweils, aber ich denke, es kommt besser, wenn da ein längerer Abstand dazwischen ist, wirklich mal so ein Monat dazwischen oder so. Ich habe auch dieses, dieses, oh, da haben wir noch eine Runde. Ja, mehr dazu in der nächsten Runde dann. So, Runde Nummer 3. Wir spielen gegen Matschko. Weiß man den so ausspricht, wir gehen rein mit Panther und schauen mal, was der Typ so kann. Ähm, wo waren wir gerade stehen geblieben? Ja, richtig. Auf jeden Fall, ähm, ist es halt so, äh, dass ich, ähm, auch dieses Top-3-Waffen-Video, ne, die Top-3 der besten Waffen, kennt ihr ja, ist ja auch recht gut gelaufen, das Video von den Kriegsherren und so. Ähm, das ist das auch, da gibt es auch eine englische Version von schon, äh, die habe ich allerdings noch nicht hochgeladen, also das werde ich dann irgendwann in ein paar Wochen mal machen, ähm, einfach damit da so ein gewisser Abstand einfach dazwischen ist und, äh, man sich nicht quasi innerhalb von einer Woche zweimal das gleiche Video angucken muss, das ist, das ist ja auch irgendwie dann langweilig für die deutschen Zuschauer, die ja auch trotzdem offensichtlich gerne den englischen Content gucken, weil, äh, so viele Engel, oh, jetzt hat er mich aber weggehauen, oh, es steht 2 zu 3, was steht er denn da, oh, er spielt ja einen Paragon mit Fusion Cannon, ach, das ist im Early Game natürlich auch nicht die schlechteste Wahl. Gut, wir gehen jetzt mal hier instant rein mit unserem Ares, okay, das scheint ein spannenderes Spiel zu werden, da haben wir einen, der schon ein bisschen geübt ist, sehr, sehr cool, da haben wir einen Weck, den Matschko, ich finde den Arm eigenartig, was war denn die, ah, okay, Juggernaut mit Art-Torrent, das ist mal wieder erstaunlich, wie krass gepantert das Ding im Early Game ist. Im Endgame ist das Ding in One-Shot-Saps auf Maximum-Level, das ist halt das Geile und hier im Early Game musst du halt echt drei Magazinladungen auf dir draufhauen, damit du den auch nur ansatzweise wegkriegst, also das ist schon geil. Deswegen, wie gesagt, also, man bekommt den Juggernaut, glaube ich, aus Stufe 2, wenn man hier auskommt, und da ist er halt wirklich das Beste, was man nehmen kann, weil man hat ja auf Stufe 2 MD, Puma, Slingshot und Puma übrigens hier, wurden wir gerade von einem gekillt, Puma, Slingshot, MD und eben Juggernaut und da ist Juggernaut dann doch eben die beste Option, würde ich sagen. Gut, dann schauen wir mal, jetzt haben wir hier 10 hier, gucken wir mal, was wir damit so alles reißen können, sieht aber gar nicht gut aus, steht 8 zu 9 für ihn, wir haben noch 8 Sekunden, wir könnten es noch wenden, 9 zu 10, ah ne, das wird nicht mehr, das, oh, doch, oder? Ja, Nachspielzeit, wir haben die Nachspielzeit rausgehauen, Leute, auf die letzte Sekunde, wie geil ist das denn? Sehr, sehr schön, jetzt schauen wir mal, ob wir das Ganze hier nicht vielleicht doch noch drehen können in den nächsten Sekunden, oder? ah, so, was haben wir, wo sind wir, ah, oh ne, 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 okay, wir sind rot. Ja, das ist nicht so gut gelaufen, jetzt sieht es wieder schlecht aus für uns und ja, also so wie ich das sehe, ja, die Runde ist manchmal nicht sein, das einfach gut ist. Naja, das ist seine Runde. Ja, GG, erste Runde geht an ihm auf jeden Fall. Gut, dann gucken wir mal, gehen wir los mit unserem Panther. Also, altbewährte Taktik. Ich gehe da mal hochschmeißen, das Netz gucken, was man so weghauen könnte. Er wird wahrscheinlich erstmal wieder mit seinem Aragon kommen. Oh, ich bin schon wieder weg, das gibt es ja nicht. Ja, Quantum Gun, ach, das stelle ich mir im Early Game auch stressig vor, die Waffe. Dass man dann halt, keine Ahnung, gestunt ist. Und ich glaube, die macht auch relativ viel Damage fürs Early Game. Also, ich hatte ja vor einer Weile dieses Content Creator Battle, wo ich ja in meiner persönlichen Leistung komplett abgeschissen habe. Weil es einfach so war, man hat halt, wenn man gemaxste Mechs hatte, hatte man eigentlich einen Nachteil. Weil auf nicht gemaxsten Mechs, also so 5 Sterne Mechs, wo man halt Piloten haben und sowas, natürlich die Waffe Mechs drin geboostet hat. Und auf gemaxsten Mechs halt nicht, außer halt auch Ares und Aegis, die er damit genommen hatte. Und das war lustig, aber es war nicht sehr effektiv, auf jeden Fall. Aber diesmal scheint es besser für uns zu laufen. Wir führen 8 zu 6, wir haben noch circa eine Minute. Schauen wir mal, da ist er, unser Matschpo mit seinem Paragon. Den haben wir raus, böses Gesicht, okay. Dann ist das Ding draufgekommen. So, jetzt gucken wir mal. 9 zu 7, noch 40 Sekunden. Ist natürlich immer noch so, dass er es jederzeit drehen könnte. Ich glaube, die Runde machen wir. Und das Geile ist halt auch, insbesondere hier im Early Game, wenn du hier oben stehst und der hat jetzt noch keine Disc Launcher oder so, dann bist du eigentlich relativ safe. Vor allem mit deinem Schild. Das ist interessant, dass ich heute noch keine Disc Launcher gesehen habe. Normalerweise im Early Game, die 8er, sieht man zumindest ab und zu mal, wenn man dann vielleicht auch nicht mal die 2.000 Hacker Stärke geknackt hat. Okay, jetzt hat er uns weggepult. Noch ein Kiel Vorsprung haben wir. Oh, das wird aber klappt. Da kommt er wieder mit seinem Puma. Oh, das wird knapp. Wir gehen rein mit C4. Oh, ne, die Runde haben wir. Die Runde haben wir. Sehr schön. Sehr schön. Jawohl. Gut, machen wir weiter. Gehen wir wieder mit Panther rein. Wieder Steißes Event. Ne, ja. Steißes Event. So. Ähm, gucken wir mal. Wo ist er denn überhaupt? Keiner. Ah, okay, das ist Fremdas. Ich dachte, ich bin echt bloß erschrocken. Okay. Okay, so, dann schauen wir mal. Wir haben hier den You Can Dole. Den knallen wir auch kurz weg. Es steht momentan 2-0. Okay. Matschburg hat noch keinen Kill gemacht. Oder hat der gequittet? Oder, 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 oder was ist hier los? Sehr schön. Stasis Wand hat ihn geslowt. Jetzt werden wir fast gebackreapt worden, Alter. Fast gebackreapt. Aber nein. Oh, wir sind gebackreapt worden. Ah, okay. Arachnos. Mit zweimal longer macht der Klassiker aus dem Early Game. Man kennt es. Haben wir damals auch gespielt. Das ist also ganz, ganz am Anfang. Also Arachnos ist kein Mächt, den ich empfehle. Ne, den könnt ihr ja am Anfang in einem Derby freischalten. Das geht zwei Wochen, dann habt ihr den Mächt gratis. Der hat halt von Anfang hohe Lebenspunkte, hohe Energiekapazität. Das ist auch in Ordnung. Den kann man auch ganz früh im Early Game spielen. Relativ effektiv sogar eben hier auch mit dem, mit dem, äh, Longarm 8, ne. Das ist eine gängige Kombi. Aber, ähm, ja, wie soll ich sagen? Später dann ist der komplett nutzlos. Also wenn ihr mal so die 2.000-3.000-Hangar-Stärke habt, bringt euch der Arachnos überhaupt nichts mehr. So, wir sind jetzt gekillt worden und gehen jetzt auf jeden Fall weiter mit unserem C4. Es, äh, steht 8 zu 6. Das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht für uns aus. So noch 18 Sekunden. Also wenn jetzt hier kein 9 zu 7. Wenn jetzt hier kein Wunder geschieht bei unserem guten Kollegen Matschko, dann haben wir das Game tatsächlich für uns entschieden. Und da ist er tatsächlich. Weg haben wir ihn geholt. Das ist doch Haus für ihn. Er kann hier in dieser Runde nichts mehr reißen. Und wir haben auch diese dritte und letzte Runde für. Für uns entschieden. Ja, gut gelaufen. First MVP. GG.